Ja huhu hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Ich habe schon wieder vergessen hier die richtigen Einstellungen am Anfang einzustellen, damit ihr auch eine Einleitung seht. Aber gut. Wir haben hier Star-Spieler dabei, den Schierling. Hallo Schierling. Und wir haben hier einen dicken Crocs-Hex-Coxigor mit dabei. Und die Line sieht schon ziemlich übel aus. Wir brauchen hier auf jeden Fall nicht Backfisch. Wir brauchen hier Unterstützung von möglichst vielen Leuten mit Tackle auch wieder gegen die kleinen Skins. Wo ist denn unser Beero? Der Beero haben wir auch raus. Neimanu. Freak. Ich weiß nicht. Cardman kann drinnen bleiben. Kuriminus könnte dann mal viel nach vorne. Die erste Reihe und Glied. So. Mischka als potenzieller Ballträger. Plastiklöffel. Löffel. Auch eine Plastiklöffel. Ja wir lassen Plastiklöffel einfach mal drin. Die hat der in den letzten Spielen jetzt einen Touchdown gemacht. Zangtan. Da haben sie es doch noch wieder anders überlegt und wollen dann doch die dicke Line nehmen hier. So. Schauen wir mal mal rein. Die ganzen Skins alle hinten. Coxigoro vorne. So geht das. Wie gesagt, gegen X-Menschen, Skins weghauen. Und dann kann keiner mehr von denen mit dem Ball umgehen. Zehn Wiederholungswürfe haben die Kerle. Für acht Runden. Total unnötig. Da man ja in jeder Runde nur einen Wiederholungswurf einsetzen kann. Aber gut. Ich gönne ihn den neunten und zehnten. Wusel, Wusel, Wusel. Und jetzt geht das Geprügel los und wir hoffen, dass wir nicht allzu viel Verluste da in der ersten Reihe erleiden. Ja. Jo. Letztes hat direkt mal gelähmt. Und noch geht's. Warum auch immer der geblitzt hat, ist das mir ein Rätsel. So, der schützt den Käfig. Ja, komm mal nach außen, ja, Hauptsache gehst du weg von beides, sonst in Ordnung. So, wenn der ganz hinten, der es ging, kommt auch noch ein bisschen nach vorne. Wenn der einen übergibt, der will die Runde an mich. Jipp. Okay. Ich würde sagen, das hier ist ein Blitzwert. Nee, das ist nicht so richtig. Das kriegt man auch anders hin. So. Sehr gut. Nun folgen. So, der Frank kümmert sich um dieses King. Und haut ihn jetzt hoffentlich in die K.O.-Box. Leider nicht. Gut. So viel dazu. Zwei Wiederholungswürfe. Ich hoffe, es wird okay sein. Okay. Mischka auf die andere Seite. So. Hier haben wir noch die Möglichkeit, ein bisschen was zu reißen. Okay. Und. Hier hin. So. Dann müssten wir uns hier hängen. Okay. Dann müssen wir hier mit dem blocken. Beide blocken. Negativ block. Nieminus. Du weichst mal aus. Komm. Schaffst das auch gegen den Klammerschwanz. Jawoll. Okay. Die Rechtsseite mit den ganzen Coxigorn ist mir momentan völlig egal. Ich konzentriere mich hier wirklich auf die Skinks. Die können hier aber auch ohne Probleme eigentlich durchwuseln. Lass uns immer. Oh. Da gehört das Stechen der Kerl. Geil. Ein Skink-Assassine quasi. Ganz schön fies. So. Da kommt der Blitz von Coxigorn. Ja. Uhhh! Näeh. Nicht gut. Hm. Und du? Okay, jetzt wird die Seite gewechselt mit dem Ball. Immer schlecht für ein Chaos-Team, wenn ein anderes Team die Seite so schnell wechseln kann. Ah, zu quetschen auch noch. Okay. Jetzt stehen wir wieder auf. Hier stehen wir auch wieder auf. So, der müsste ein Positiv-Block sein, ja wohl. Der hat Abwehren. So. Gib ihm! Soll, der Ex-Saurus ist vom Feld. Also gegen die Saurus-Krieger ist natürlich der Cartman und der Bloodscorpion sein Goldwert. Also gegen die Saurus-Krieger hat nicht Klaue. Wirst du überhaupt die Karten? Hier ist die Karten. Jetzt besetzt dich mal hier neben dem Ballträger. So, du rächst dich jetzt mal hier an dem kleinen Eumel. Der wollte dich erstechen. Ausweichend hat er leider auch. Naja, egal. Wir folgen ihm. So. Und den noch. Um ihn neben dem Ballträger zu kriegen. Mischka lassen wir mal hier hinten. Der ist ganz gut zum Abfangen. Und hier macht man mal einen Einser-Block. Man müsste der Sphinx sich halt auch erstmal den kümmern hier. Okay. Ist zwar nicht so das Problem, aber... Jetzt haben wir euch Coxigord. Wir haben nur eine Gewandtheit von Eins. Also genau wie unser Bloodscorpion. Obwohl der es durch eine Verletzung bekommen hat. Drei Saurus zu down. Okay. Einer sogar vom Fade. Ah, der Stechen. Wir haben es begriffen. Bist ein toller Skink-Assassine. Der Tad im letzten Spiel von der Dunkel-Elfe auch schon nicht geklappt. Mit dem bei Stechen. So, wann geht's hier? Komm mal hin. Okay, der Erste geht vom Skink weg. Mit einem Blitz. Warum auch immer das jetzt einen Blitz gebraucht hat. Der hat der Hörner oder sowas. Der kann ja eigentlich ja. Okay. Er ist durchgebrochen. Das ist halt das Gute an den Skinks. Die können halt auch irgendwie ziemlich gut ausweichen, durchlaufen. Kleinwüchsig ist da vom Vorteil manchmal. Frank hätte den Skinks die überhaupt beinahe gehabt. Aber nur beinahe. Okay. Das ist von hier hinten um den... Äh, wer ist das um den Plastiklöffel kümmern? Okay. Das lege ich ein. Aufstehen. Ich würde sagen, der Lesrak verkloppt jetzt den hier. Folgen. Der Samuel verkloppt den. Erste Skink in der K.O. Box. Leider nur K.O. Mit inklusive Kleinwüchsig und Klauen mit Knochenbrechern. Ein bisschen enttäuschend ist es schon. So. Er mag nicht einfach nur nach vorne gehen. Ist auch gut. Wir schnappen uns den Ball. Oder auch nicht. Ja, ja. Ja, wenn ihr das Surren wiederhört und noch nicht Bescheid wisst. Ich habe jetzt hier bionische Teile an meinem Körper. Mutiere langsam zum 6 Millionen Dollar. Ohne Superkräfte. Dafür muss mehr Surren. Oh, der Plastiklöffel ist verletzt. Ist nicht gut. Verpasst das nächste Match. Können wir aber so lassen. Wir haben genug Ersatzspieler. Ich würde mich überhaupt wundern, wer die Serie noch kennt. 6 Millionen Dollar. Ich würde mich als Kind gerne sehen. Gut, dass wir den Apotheker eben nicht Outlet genommen haben. Cartman ist tot. Dann nehmen wir natürlich sofort den Apotheker. Für ein verpasstes nächste Match. So früh im Spiel schon in Apotheker. Aua, aua. Das war ein ziemlich guter Turn für die Ex-Menschen hier. Boah. Krass. Na gut. Schauen wir mal, was wir mit dem Cuxigo hier anrichten können. Wir können ihn lähmen. Auch gut. Komm, recht euch doch mal, Leute. Hier so ein bisschen Casualties auch für den Ex-Menschen. Ach, lähmen ist langweilig. Ich muss die aus der Latsche hauen hier. Na gut. Nischka wird gleich den Ball aufheben. Und der Lory, das haut jetzt hier den Skink. Habe ich gehört. Eine Wiederholung zu. Ach man, wieder nur gelähmt. Nee, 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 nee. Ich will mehr als Lärmen herausziehen. Komm, ich gehau den Ball jetzt. So. Ja, ja, normal laufen ist nicht so deins. Ich geh sicher. Ja, ja, ja. So. Schauen wir mal. Es ging's ihm auf jeden Fall schnell genug, um den Ballträger hier abzufangen. Das auf jeden Fall. Ah, da kommt auch schon der Einsam-Blitz. Nur so nicht. Haha, Einzelgänger. Locken und blocken. Der hat leider blocken. Folgen. So. Nö, wir hauen mit dem. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt können wir den nämlich neben den Blattskorb hier schieben. Hau ihn, schlag ihn, gib mit dir in den Arm. Ach, dieses Gelähmt, ey. Das ist nix Halbs und nix Ganzes. Das ist so ein bisschen scheiden. Komm, Manu, kannst du es besser? Abwehren. Nein, kann er nicht. Okay. Ich habe einfach kein Glück beim Casualties machen. Läuft nicht. Jetzt kommt gleich wieder ein Blitz. Wahrscheinlich von dem her. Der Dick ist auch wieder da. Ja, da ist der Blitz. Aber der Mischka hat Eisweichen, Leute. Der Block, also ich muss mich nicht mehr schieben. Okay. Breche dich. Ach, Mann. Letzt doch nicht mal. Die, die ist doch nicht schwer hier. So, der hat, äh, Unterstützen, ne? Hat der auch Unterstützen? Der hat kein Unterstützen. Das ist schon mal ganz positiv. Dann heißt, ich könnte hier gleich einen Einsam machen. Das ist sogar ein Zweier. Zeig. Okay. So. Immer noch kein Skink, der fällt. Bin ich schon geblitzt? Bin ich geblitzt. Jetzt. Manu hat auch noch. Tackle. Den wiederholen wir mal. Komm her. Wurstenschutz 7. Da geht was. Nee, 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 nee. So viel Sand und keine Färmchen. So. Nächster Versuch. Nein, Sandler. Der läuft. Mit Klauen und Krallen und allem möglichen drum und dran. Na, das war klar, dass es sein kann. Einhauen und stechen. Aber bis jetzt sind die, äh, Ex-Menschen eindeutig, äh, besser im Kugel. Oh, schieben. Äh, schiebt er ihn jetzt hier an die Seite. Das ist natürlich nicht so geil. Und da verlieren wir den Ball. Und wo schießen die Fans den Ball wieder hin? Auf die andere Seite. Aufstehen, Ball holen, Krillinus. Wiederholungswurf. Läuft. So. Ähm. Ja. Das ist nicht so das Beste. Ja, anscheinend. Na gut, der wird das gleich schaffen mit dem Blitz. Oh, K.O. durch Erstechen, Manu. Kennst du schon, glaube ich, oder? So, jetzt kommt der Blitz. Ah, nur schieben. Sehr schön. Touchdown ist noch drin. Schieben. So. So. Schauen wir mal, ob er singt laut hier. Wiederholungswurf. Wiederholungswurf. Okay. So haut es nicht hin. Okay. Whisky. Nö. Nö, nö. Mit einem 0-0 gehen wir in die Halbzeit. Und ich bin echt nicht zufrieden mit dem Spiel. Hmm. Ich bin echt zufrieden mit dem Spiel. Hmm. Ich bin echt zufrieden mit dem Spiel. Das ist wirklich zufrieden. Oh, ich bin echt zufrieden mit dem Spiel. Ja, wir haben zwei verletzt und wir müssen alle Spieler jetzt nehmen, die wir hier haben. So, Beiru. Außen. So, Mischa. So, Preak ist auch im Spiel. Na, Preak, nach vorne. Äh, nee. Ich sage, ich mache das immer noch oben, weil es beim alten Teil irgendwie oben in der Mitte war. Das bestätigt. Ja. So, dann fangen wir mal an mit dem Prügeln hier. Ich hoffe, dass wir das hier ein bisschen vernünftig auf der Welt nehmen. Sehr schön. Fängt gut an. Fängt gut an. Da ließ ein Einser. Da ließ ein Negativer. Also müssen wir mit dem zuerst blocken. Ach, scheiße, Let Guard. Ja, gut. Rett geklotz. Bleiben. So, jetzt haben wir mit der Mann zwei, den Coxigur. Hat der Coxigur, der hat sogar Blocken, der Sack, ey. Komm, Samu. Zeig ihm, was eine Hake ist. Ausweichen hat er nämlich nicht. So, erst mal gelähmt. Er läuft. Ali nach vorne. So. Und einmal hier der Blitz vom Corunus. So. So. Einmal hier den Ball aufheben, bitte. Mit zusätzlichen Armen. Nee, nee, nee. Super. Cool. 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 Ich liebe ihn, wenn das passiert. Das ist kein einfaches Spiel hier. Der Coxie-Boch kommt sogar mit zwei Go-Fulls hier dran. Hoffentlich, falls er kackt, er die. Nein, schafft er nicht. Oh, das sieht böse aus. Nein! Coxie-Boch hat keine langfristigen Auswirkungen. Kein gutes Spiel für uns. Kein gutes Spiel für uns. So. Sehr schön. So muss das sein. Kommt der Preak mal rein und macht direkt hier PANG! Sollte ich ihn öfter einsetzen. Das will er mir wahrscheinlich damit sagen. So, raus mit dem Scheiß-Saurus-Krieger. Ja, weg mit ihm. Richtig, jetzt geht's los. Die Fans wollen Tote sehen. Als ob das Spiel nicht schon blutig genug wär hier. So, vielleicht ist wieder alles an dir mischt, gell? So. So. Überholungswurf. Okay, läuft. Der Beru. Kann auch Bälle fangen. Habe ich gehört, zumindest. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Skinks hier auch ein bisschen abfangen. Ein Tentakel-Reichweite. So. Zum Beenden. Schauen wir mal, wo's hingeht jetzt hier. Der macht mir Sorgen. Und der hier hinten. Wir dürfen auch nicht zu schnell den Touchdown machen. Am besten haben die Echsenmenschen halt noch den Vorteil, dass sie noch nachziehen können. Und nachher gibt es dann wieder nur ein Unentschieden. Was wir jetzt ja eigentlich auch schon hätten mit einem Nullnummer. Naja, ein bisschen erwarten. Platzgocken, direkt mal gelähmt. Das schaffte ich jetzt hier gelassen mit dem Tod. Ja, was war denn das für eine? Aber da konnte ich noch nichts. Hätte ich wahrscheinlich auch sterben lassen. Okay, ein breites Dunk-Netz hier aufgezogen. Und hier die Coxigore-Innen-Reichweite zum Hauen. Nicht gut. Der Guard. Ja, war nicht gut. Äh, die Saus-Fieder sind keine Coxigore. Das wäre ein Prozess annehmen. Ja. Lesrak-Dark. Du hast Klauen. Das heißt, du wärst hier ganz gut gegen den. Hab ich gehört. Ist das nicht nur... Er ist nur Hören-Sagen gewesen. Schade, schade. Okay. Der bleibt mir da. Zug beenden. Mehr kann ich hier nicht tun. Alles ist immer noch gut abgeschirmt. Nächsten Runde haben wir wenigstens Ruhe vor dem Dicken. Und unser Platzkochen ist hoffentlich wieder bereit. Und er nicht wieder hier zicken macht. Okay, jetzt kommt der erste Blitz gegen Käfigbestandteil. Gegen den Krieg. Schieb nebenbei Seite. Das ist der Star-Spieler. Oh, und der Mischka ist auch verletzt. Unsere beiden... Wurstungsschutz 4, Leute. Wir sind beide verletzt für nächste Runde. Beide fehlen. Das wird krass. Krasses Game. Krasses Game. Schieben. Ja, ein K.O. Einen Servus-Krieger weniger, um den man sich Sorgen machen muss. Deine Hände sind alle bereit, Hammers Bob. So, um das... Ich würde jetzt eigentlich gerne mit dem Platzkorpion blitzen, aber es ist mir jetzt ein bisschen zu risky in der Situation jetzt hier gerade. Deswegen machen wir das lieber nicht, sondern blitzen. Stärke... Mit einem Wiederholungswurf. Bleiben da stehen. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Und wir beenden den Zug. Einem Saurus-Krieger weniger auf dem Feld. Ist schon gut, aber... Wenn ihr euch mal unsere Box hier anguckt... Aua, aua. Nicht, 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 nicht gut. Ha, 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 ha. Aaaaah. Wenn der Spieler geimpft wird, wird er in der Publikum endet. Und in generell sind die Fans vielmehr mehr gefährlich als die Spieler. So. Der traut sich hierhin, weil er gewandt hat, ne? Oh. Ich versuche mal was. Ist so risky, aber... Jo, ist mal risky. Boah, ne, und Beiru, ja. Ich habe noch gesagt, wir gehen im Dunkel-Effenspiel. Wenn dann mal so ein Assassinen gegen den Beiru geht, dann war's das. Ah, ich war zu gierig. Wollte den rausschieben. Wäre auch möglich gewesen, wenn das hier geklappt hätte. Ja, es sieht gut aus für die Echsenmenschen. Gelähmt. Beide Geschicklichkeit. Vier Spieler auf dem Feld. Also weg vom Feld. Den kriegt man nicht einfach weg, weil er gewandt hat. Ne, ne. Das ist nicht gut, was sich hier abspielt. So, aber immerhin der Quarier Tackle. Das heißt, wir versuchen das einfach mal hier. Ja, und dann kommt auch noch... Da ist Pech dazu. Aber er geht gar nicht nebenbei. Ja, okay, okay. Platzkopf. Komm, du musst es wieder rausreißen. Du musst es rechts rausreißen jetzt. Aber auch eher weit unter Form in diesem Spiel. So. Der Dicke muss wieder gehen, hier. Ja, wieder gelähmt. Oh mein Gott. Nehmt jetzt auch nicht so viel. Hm. Hoffentlich funktioniert wenigstens das jetzt hier. Das ist zu los. Immerhin umgehauen. So, Preak. Hol dir den Ball, Preak. Nein. Oh, scheiße. In unserer Richtung. Na gut, wenigstens zwischen unsere Leute. Aber die Skins haben kein Problem damit, da durchzulaufen. Ja, jetzt macht sich das bemerkbar, dass das Chaos-Team keine Geschicklichkeit, vier Spieler hat. Also wir haben ja zwei eigentlich. Irgendwelche Aufstiege. Oh, das muss bestraft werden. So viel Dummheit. Yes. Gut. Wenigstens das. So, der hat auch einen Arsch voll Sonderregeln hier. Was hat er denn alles? Fangen, abrollen, heimtückisch, kleinwüchsig, ausweichen, sprintsicher und gewandt. Natürlich gewandt. Hm, so fällt mir nicht. Komm hier. Hau hin. Komm schon, bitte. Ja. Mit Klauen allem drum und dran haue ich den nicht mal. Fürchterlich, fürchterlich. Premierblatt, Scorpion. So. Die Skinks fallen nicht, das ist echt zu putzen. Ist eigentlich der Ball da. Okay. Preak, hol dir den Ball. Noch zwei Züge. Ne, noch einen Zug. Wenn ich den jetzt hier wegziehe, holt ihr den gleich. Ich schaue mal, was sich hier machen lässt. Aber das wird ein 0-0 geben. Ich prophezeie das. Was für den Verlauf des Spiels, auch mit den ganzen Casualties, die wir kassiert haben, gar nicht so schlecht ist. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Der muss weg. Sieht gut aus. Bleiben. So, hier ist keiner mehr. Übergeben. Okay. Das ist der Sieg, Leute. Und das war Glück. Das wäre ich nicht gedacht. Es war jetzt mehrere Sachen, die am Ende dann doch mal ein bisschen glücklich waren. So, und dann gucken wir mal, dass wir jetzt nicht noch Spieler verlieren, die super wichtig sind. Das nächste Spiel. S-Fakt nach hinten. Einen ganzen Chaos-Krieger dürfen wir nicht verlieren, wir müssen wenigstens beim nächsten Mal vernünftig prügeln können. So, wir haben ja noch vorne einen Curie-Minus. Mit Ausweichen blocken ist es okay. Dann wollen wir den Curie mit Ausweichen blocken. Und den Koali mit Ausweichen blocken. Die maximale Sicherheit, die man da vorne haben kann, mit Ausweichen blocken halt. Und Stimme bestätigen. Und die werden jetzt leiden davon, die Arten. Aber gut. Es wird keinen gegnerischen Touchdown mehr geben in einer Runde. Das prophezeie ich auch. Aber ich habe immer auch prophezeit, dass es 0-0 ausgeht. Aber ich wüsste nicht, wie das möglich ist. Spieler werfen können die nicht. Das können nur die Org-Teams. Ja. Das ist der Sieg. Jetzt macht er hier wieder irgendetwas Bimsel. Und wir müssen nur hoffen, dass die drei hier keine Casualty mehr kassieren. Wir haben mehr Kaffletis kassiert als die. Tote gab es auf beiden Seiten. Wir haben Gott sei Dank unseren gerettet. Na, Ausweichen. Macht hier was her. Ausweichen ist das ja. Alle drei ohne Casualty über die Runde gekommen. Gott sei Dank. Das war ein hartes Match. Verlustreich. Und das krasse wird das nächste Match, wo wir ohne unsere Ballträger spielen müssen. Beide verletzt. Gott sei Dank nicht schlimmer verletzt, aber für das nächste Spiel halt ausgefallen. Schauen wir mal. Plastiklöffel hat den Spieler des Spiels gemacht. Okay. Bloodscorpion mit einem guten Casualty. Ja. Schließen. Und dann zunächst geht es auch noch gegen die Waldelfen. Oh, war ja. Noch so ein Agility-Team. Aber wenigstens prügeln die nicht so gut. Wir werden sehen. Seid dabei. Bis dahin, Herr Fann, euer Quali. Tschüss. Bis dahin, Herr Fann. 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 Bis dahin, Herr Fann.